So, und damit kommen wir mal wieder zu einem regulären Let's Play und zwar Doom the way it did, Level, falsch, Level 5, äh, wo wollt ihr hin? Da wollt ihr hin, genau, so, ähm, ja, Doom the way it did, Level, Level, mach mal jetzt für, äh, nein, 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 achso, ja, Doom the way it did, perfekt. Jetzt muss ich ja Kroosch reiben. Oh, was ist das? Du hast aber getetet. Gut. Ich mag Maps, die ruhig beginnen. Da kann man sich erstmal ein bisschen koordinieren. Gut. Wow! Wow! Passou! Ah, good! So, this here... Gelbut Gelbut here... Bow Aha... Okay... So, dann geht's da wahrscheinlich weiter... Genau, hier geht's auch nicht weiter... Oh, doch... Ah, ne... Habe ich die schon? Ja... Interessant... Aber gibt's ja ohne Headphones... Auch interessant... Gut, die habe ich schon gemodelt... Meine... meine... Fuck... Gut, die habe ich schon gemodelt... Die ist noch nicht gemodelt... Dann gucke ich mal ganz kurz... Tchadam... Wird es... Ähm... Könnte ich eigentlich... Kostet 3.000... Kostet auch 3.000... Äh... Das kostet auch 3.000... 4.000... Oh, guck mal kann ich mir alles leisten... Äh... So... Nein... Perfekt... So... Dann nehme ich mal hier... Dreifach... Nimm ich das... Ja doch... So... Und bei der... Nehme ich einfach das taktische Visier... Pup, 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 pup... Okay... Haben wir soweit... Ähm... Gut... Also hier geht's nicht weiter... Dann geht's hier weiter... Oh ne... Oh ne... Oh ne... Da... Wow... Fuck... Volland... Wow... Ha... Kittige Fallen... Das ist doch noch jemand... Nö... Nein... Das da... Nope... Sieht leer aus... Oh... Ah... Meine Güte, leider... Sei doch mal ein bisschen freundlicher... Oh... Da ist jetzt leer... Aha... Das ist genau so wie das... Also hier könnte auch noch die Tür aufgehen... Danke... Danke... Das geht noch nicht... Genau... Müssen wir auch noch upgraden... Dann bin ich voll... Ist ja toll... Aha... Okay... Guck... Wir haben drei Wege, wie wir weiter können... Oder ist hier ne... Farbpump? Nein... Aua... Nein, gefrittet... Der... ich wollte gerade wissen dann gelang mal fertig machen damit ich ihn dann schlagen kann aber so das heißt also hier gibt es erst mal nicht weiter möchte ich da nicht weiter heute gibt es auch wieder zwei wege so geht doch bloß ich spiele schon wieder zu Danke. Kann man immer mal gebrauchen. So. Achso, jetzt muss ich von der anderen Seite rein. Genau. Die Map einhört mich gerade an der E-Map vom Du... äh, vom Du2. Boah, Alter, fuck. Leco mio. Die sind hier aber ganz schön gewaltbereit. Muss man aber so anmerken. So, gut, die gehen wir mal hier rauf. Oder hier runter. Mach keinen Krach. Mach keinen Scheiß. Okay, das geht schon mal nicht. Das geht auch nicht. Oh, gut, da können wir ja rauf gelangen. Okay. Das vereinfacht die Sache doch ein bisschen. Aber ich denke, hier draußen sind ganz viele Bürgergegner. Ich will nicht. Fuck. Das heißt, man die durch dieses Gitter aber auch nicht sieht. So, jetzt dürften alle weg sein, oder? Ja. Alle weg. Alle weg. Okay. Dann schweige ich jetzt erstmal. So. Der Schalter hat jetzt was gemacht. Woah. Oh. Ein Bitpick. Sonst bringt der Raum aber soweit nichts. Okay. Dann muss ich hier was geöffnet haben. Nein. Was zur Hölle. Was? Ah, das ist doch ein Secret. Okay. Jawoll. Wow. Dankeschön. So. Brauchen wir zwar noch gar nicht. Nehme ich auch noch nicht. Aber ich guck mal was drauf da. Nehme ich auch noch nicht. Gut. Müssen wir uns auf jeden Fall merken? Äh. Ach nein. Och, leck mich doch. Das ist ja erstmal volle Verschwendung hier. Wie abgefuckt und abgekackt ist das denn? Das will ich nicht. Egal. Fuck off. Hier waren wir auch schon. Ach. Wow. Die Tür hat's gar zu geöffnet. Was? Da hat sich noch wieder was geöffnet. Nöp. Wow. Wer hat denn die Gegner da draußen platziert? Und da treffen wir sie mich doch gar nicht. Das macht ja ja mal überhaupt keinen Sinn. Gut, wir kommen wieder runter. Yay. Okay. Ähm. Ich will den Schalter nicht drücken, weil hier sind vier Säulen. Und das wird garantiert alles Gegner sein. Warte, ich doch! Komm her. Dankeschön. Oh, jetzt ist noch ein Schalter. Was ist denn sich diesmal? Huh. Huh. Okay, danke schön. Gut. Hier komme ich auch. Okay. Nein. So. Das verbring ich auch noch nie. Hä? Meine Rüstung war... Hatten wir nicht vorhin das Rüstung eingesammelt? Oder habe ich die echt schon komplett aufgebraucht? Ja, jetzt war ja nur eine Hunder davon. Na ja. Vielleicht arbeite ich jetzt hier nicht additiv. Wow. Genau mit so einem Scheiß habe ich wahrscheinlich auch meine alte Rüstung verloren. Oh. Oh. Das ist weit mit verschwärts, die Gwett. Wo? Achso. Auuinteressant. Gebt es hier noch weiter? Hat mich nicht wirklich was gebracht? Wow. Okay. Ah, that makes sense. Wie viele Sequeds gibt es überhaupt? Es gibt fünf. Und wir haben ja alle Map. Warum wacke? Ah, da ist schon ein Sequeds, da ist es nicht gut. Ja, das ist ein Sequeds. Und alle noch haben wir schon. Nice. Dann holen wir mal die Sequeds. Und das macht ja Sinn, wenn man das macht. So, dann muss ich da, 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 da. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, das nächste ist dann, da oben, wo sie da, 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 da. Hier kommt aber gar nicht rein. Okay, ich bin mal ein Anwalt. So, gehen wir mal nach der Außenordnung rum. Das kriegt ja auch nichts. Ach, das ist da, wo es gerade gewesen wäre. Ah, okay, das macht natürlich Sinn. So, hier ist noch ein Secret. Wow. Interessant. Ach man, wie der Kasten weg. Ah, also die ganzen Außenräume sind alles samt Sequeds. Guck mal, das Ding, da brauche ich gar nicht. Das bringt mir bloß wieder ein paar Punkte. Sag ich doch. Da habe ich so eine weiße Dreiecke. Dreiecke. Ah. So, dann war, wir brauchen erst mal eine rote Karte. Das heißt, wir gehen erst mal, da, da, da. So, in diesem 2D-Modus zu steuern, ist voll anschreckend. So, jetzt sind wir da, wo wir letztens, äh, also vorhin waren. So, das war für neulich, wohin und gestern. Ich gebe auch jetzt. So, hier ist ein Secret. Aha. Ah. Der Secret ist halt einfach nur eine Abkürzung. Okay. Gut. Jetzt haben wir den Rosen Key. So. Gehe. So. Es liegt noch ein Monster. Mindestens. Achso. Wow. Das war so logisch. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, dass wir erfolgreich geschafft haben, ich habe leider alles an Rüstung, was jetzt überall herum lag er hat alles aufgebraucht wegen weil dummheit und ob man suchen bis zur rüstung hatten glaube nicht die hatten wir auch schon das war hier so wird genau die ganze rüstung übernommen lag komplett verschwindet na gut dann ist das halt so go So, das war's jetzt mit der Map, dann würde ich mal sagen, tschau, tschau.